Willkommen zur Kultursafari! Check, check! Yo, liebe Leute, Ali Safari hier am Start und ich möchte euch heute mal mein neues kleines Fernseh- oder YouTube-Studio präsentieren. Hier ist auch ein Mikrofon, wo ich auch Audioaufnahmen mache. Zum Beispiel morgen mit meinem allerersten Gast, der mich besuchen kommt in mein kleines Studio. Und das wird jetzt noch nicht verraten, wer das ist. Ihr werdet es bestimmt bald erfahren. Ja, Ziel des Ganzen ist es, mal so meine Buddies, meine Freunde und meine Arbeitskollegen aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile mal so vor die Kamera zu holen und mit denen über ihre Kunst auch mal zu sprechen. Und ihr seid dabei und könnt euch ein paar neue Infos über das kulturelle Leben in Bielefeld oder in Deutschland sozusagen hier bei mir abholen. Yo, 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 check, check, check! Das Ganze wird auch auf dem Radiosender Wakati vorgestellt, wo ich demnächst dann auch eine, ja, ähnliche Sendung präsentieren werde oder aber auch in Kooperation mit verschiedenen DJs und Soundsystems ein bisschen, ja, musikalische, bunte Vielfalt nochmal präsentieren möchte. Radio Wakati mit Ali Safari. Yo, yo, yo.